Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Wir laden mal schnell den letzten Speicherpunkt, wo wir gerade eben... Tötet! Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ja, gut. Also gut, wir sind gerade ins Monsterloch gestolpert, weil ich doof bin. Aber das passiert uns auch nie wieder. Hoffe ich zumindest. Okay, wir laden jetzt mal das Ding hier durch. Das freut mich warum, der kleine keine Pistole auf dem Rücken hat. Ich meine, der wäre gut. Das ist das Problem, wenn man sich nicht so schnell drehen kann. Ich kann nicht richtig reagieren. Sascha? Psch. Da ist noch einer! Da ist noch einer! Ja, Sascha? Äh, auf deinem... Okay, das war nicht. Sprengfalle, wie es aussieht. Ich darf sie nicht anfassen, aber das Mohn in dem... In dem da! Ich kenne die Mohnschränke, da mein Vater ein Speer war. Schau in den mit den Zahlen! Zahlen? Da ist doch nichts. Aber cool, danke Sascha. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn da eine kaputt geht. Hey, aufpassen! Oh, ich hasse dich, wenn ich mich zu laden drehe. Hey, von hinten! Hey, aufpassen! Ich lasse mich nachladen, Kleiner. Hey, aufpassen! Hey, pass auf, da ist dein Loch! Danke für den Tipps, Sascha. Wir wollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Da ist noch einer! Aufpassen! Okay, da gehen wir mal nicht lang. Wir nähern uns dem Ende. Hoffe ich mal, denke ich mal, meine ich mal. Verlassen wir wirklich die Station? Cool! Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Äh, da sag ich mal nix dazu, Sascha. Was ist das da oben? Moment, Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ja, Sascha, doch. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Äh, ich würde es nicht versuchen, Sascha. Darum gibt es noch Schlimmeres als noch alles. So hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Ihr sagt, Sascha, lass mich los. Mein Sascha ist da draußen. Sein Onkel wollte ihn zurückbringen. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Sascha, du lebst. Sascha, bist du okay? Aber wo ist denn offen? Bist du hier hingefunden? Onkel ist tot, Mama. Und ohne ihn, wären wir alle erledigt. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschließen. Kein Problem auch. Mama! Oh Gott! Arma Suryosha! Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wiedergutmachen. Aber nehmen Sie diese Patrone. Nein, die nehmen wir ab. Die brauchen wir nicht. Wir sind nette Leute. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Vielen Dank, vielen Dank. Du, und erst mal Handelsposten. Kann ich bei dir? Okay, wir verkaufen erst einmal. Wir verkaufen. Erst einmal hier Schrotflinte. Schrotflinte hier verkaufen. Wir verkaufen erst einmal wieder ein bisschen was von allem. Weil wir können nie genug von allem haben. Dann wird der A-Kern hier vermehrt benutzen werden. Okay. Gut. Verscherbelst du auch Filter? Filter? Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen. Werfen Sie Ihr. Schärfere gibt es nicht. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen. Also, wir holen uns einfach. Also, wie auch immer. Leute, Ihr seid verrückt. Ja, danke. Ich weiß. Lass mich da raus jetzt. Ich will ein paar Faschos killen. Wir haben ein Stein gedämpft. Fies out, Jungs. Macht das Ding zu. Ist gesünder so. Draußen laufen einige Monster rum. Ja, weil wir nett sind, sind wir es so nett und tun das auch noch. Die Filke können wir nicht einsammeln. Leise, leise, leise. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Ja. Da oben rennen ja schon die neue, guck, wir Monstern. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Nein, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Ja. Ja. st kl 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 so ein paar an dem Level ist, wir müssen das ziemlich schnell machen, weil wir haben ja nicht so viel. Wir müssen schnellen Filter erneuern. Die haben wohl nicht gerecht, dass ich so schnell da hochkomme. Okay. Das ist gut. Ich schaue mir mal auf, so zu verwecken. fahrschutz nicht so mag das verdient keiner von denen ok wir werden noch mehr von denen die spinner kommen ja ich vorher lieber alles in die luft okay wir haben kaum noch ja oben auf dem Dach tümmeln sich zwei Viecher von denen wir lieber gar nichts wissen wollen ok wir schalten um fängig aus fängig aus Nummer 1 wäre schon mal down ok lad nach lad nach lad nach und wechsel deinen Fackfilter schon nochmal los wechsel ihn aus jetzt ich hasse diese Oberfläche einfach ok das war jetzt doof wir müssen da irgendwie hoch und ich hab vergessen wie es ging ok das waren zu viele Sprengfallen das war jetzt mein versagen auf ganzer linie ok wo sind wir naja wir sind hier wir sind hier ich hab das funktioniert ich hab das vorgestellt hab nein das hat nicht funktioniert ich hab auch schnell gelandet ok ok wisst ihr was wir müssen was anderes probieren ok ok und die hier umliegen lassen ok 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 Ok, da gehen wir noch nicht runter, dass man jetzt direkt der Weg da runterführt. Oh, scheiße. Hat sich mein Programm abgemeldet. Haha. Ich probiere jetzt mal was anderes. Ok, das ist behindertes Level, ich hasse es. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Metro 2033, wo wir dann dieses Drecklevel auch irgendwie hinkriegen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Amen.